Ich konnte selber erfahren, dass ganz alte Blockaden, die ich auch schon seit Jahren mit mir herumschleppe, sich innerhalb von einer Stunde auflösen und man sich total befreit fühlt und einfach mit einem ganz positiven Gefühl aus dem Seminartag rausgehen kann. Und auch weiter, denn in die nächste Woche bin ich auch mit so einem positiven Gefühl gegangen. Also es war richtig beeindruckend, das selbst zu spüren und macht total viel Lust darauf, das auch anderen Menschen geben zu können. Ich heiße Johanna Benzinger, ich bin Pädagogin und arbeite in einem Kindergarten. Und ich bin aufs IPE gekommen, weil meine Mutter, die Lehrerin ist, eine Fortbildung bei einem IPE-Coach gemacht hat und mir das dann ans Herz gelegt hat, dass ich mir das auch anschauen soll. Und ich bin auch total begeistert. Ich bin am ersten Tag reingekommen und habe gesehen, es sitzen 50 Leute hier drinnen und habe gedacht, wow, das sind immer ganz schön viele. Aber es ist total entspannt. Die Atmosphäre ist super, man fühlt sich überall willkommen, man darf auch einfach sagen, was man denkt und auch sein, wie man ist und ist total angenommen, so wie man ist und das ist wirklich richtig schön. Schafft es, dass man eigentlich nie das Gefühl hat, es wird langweilig oder es betrifft mich nicht oder es spricht mich nicht an, sondern man ist immer dabei und hat immer das Gefühl, es ist aktuell, es betrifft mich und es macht Spaß. Und es ist richtig beeindruckend, weil man ja auch oft in Seminaren sitzt, wo es eher dann mal auch zum Abschweifen einlädt. Und das ist hier eigentlich mir noch nie passiert. Und das ist hier eigentliche ich. Bis zum nächsten Mal.